Eine ganze Stadt lebt in Angst. Jedes Fähnchen, ein Verbrechen des Roten Kreises. Ein Film nach dem berühmten Roman von Edgar Wallace. Na, viel schreibt der Herr ja nicht. Tja, aber das bisschen genügt. Stück Papier, paar Buchstaben aus der Zeitung rausgeschnitten, roter Kreis, aus. Ein Todesurteil. Der Rote Kreis. Ich habe den Mann getroffen, er hat eine Maske vor dem Gesicht, am Hafen, im Nebel, hat mich genau gekannt. Haben Sie keine Angst? Vor Männern habe ich nie Angst. Höchstens davor, eines Tages kein Geld zu haben. Solange Sie für mich arbeiten, brauchen Sie sich darüber keine Sorgen zu machen. Aber wenn Sie das noch einmal tun, habe ich Angst um Ihren hübschen Kopf. Niemand ist mir seines Lebens sicher. Und jeder ist verdächtig. Und dies sind Ihre Schuhe. Wir haben Ihr Haus durchsucht. Gründlich. Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Und dann haben Sie freuend im Zug vergiftet, weil er auf keinen Fall nach London kommen durfte. Stehen bei ihm. Und ich schieße. Drei Morde in 24 Stunden? Wenn das das Resultat Ihres neuen Plans ist, vielen Dank. Der Rote Kreis kennt keiner Bahn. Es hat noch keiner länger als eine Stunde gewusst, wo er mich erreichen kann. Wer ist der Chef der Bande? Ist es eine Frau? Niemand wagt mehr, nachts zu schlafen. Überlauert. Die Gefahr. Ich zähle bis drei. Wenn Sie nicht kommen, schieße ich. Eins. Zwei. Ein spannungsgeladener Volltreffer des jungen Regisseurs Jürgen Roland. Allerdings wäre es vielleicht besser, wenn Ihre Tochter mit dabei wäre. Sonst kommt noch jemand auf falsche Gedanken. Bleiben Sie stehen. Sind Sie allein? Ja. Legen Sie das Geld dahin. Was ist mit meinem Kind? Sie sollten vorsichtiger sein. Dann würden Sie sich auch nicht mit der Farbe beschmieren. Eine neue Rialto-Produktion im Prisma-Filmverleih. Ein kriminalistisches Meisterstück. Nehmen Sie es! Der Rote Kreis. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu werden.